Hallo und herzlich willkommen zur Christ Study Hour hier auf www.joelmedia.de. Ein herzliches Willkommen gilt auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries zur fünften Folge unserer Spezialserie über das Buch Jesaja. Wir wollen uns heute mit Kapitel 21 bis 25 beschäftigen. Alle diejenigen, die sich auf das Bibelgespräch am 30. Januar vorbereiten wollen, wo vor allem Texte aus Kapitel 9 bis 12 im Zentrum stehen werden, die seien verwiesen auf die Folge 2 und 3 unserer Serie und auch auf das reichhaltige Sendemanuskript, das ihr dort finden könnt mit vielen weiteren Parallelfersen und Zitaten, um euch auf diese Texte vorzubereiten. Wir wollen heute hier weiter studieren. Das Buch Jesaja, wir wollen uns einen Gesamtüberblick über die Kapitel verschaffen. Und bevor wir damit jetzt beginnen, wollen wir Gott bitten, dass er uns führt und leitet in unserem Studium. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr danken, dass wir dieses wunderbare Buch, diese Schatzkiste Jesaja haben dürfen und dass wir es studieren können. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen anrührst, dass wir verstehen, was wir lesen und dass wir wertvolle Lektionen für unser persönliches Leben daraus nehmen können. Herr, das bitten wir im Namen Jesu, sei du unser Lehrer. Amen. Jesaja, Kapitel 21 und dort Vers 1. Die Last über die Wüste des Meeres. Wie Stürme im Negev daherbrausen, so kommt es daher aus der Wüste, aus dem schrecklichen Land. Die Wüste des Meeres klingt etwas merkwürdig auf den ersten Blick. Es handelt sich dabei um die Gegend von Südbabylonien. In der Nähe des Persischen Golfes gab es das sogenannte Meerland. So nannten es schon die Babylonier, das Mat-Tamtin. Dort waren insbesondere die Chaldea-Stämme heimisch, die in dieser Zeit schon eine ganz gewaltige Rolle in der babylonischen Politik spielt. Es handelt sich also mit anderen Worten um eine Prophezeiung über Babylon. Negev ist das Südland in Judah, das Jesaja gut kannte, wo es oft sehr stürmte, wo Wüstenstürme zu finden waren, die er jetzt hier als Metapher verwendet für den Angriff auf Babylon. Vers 2. Ein hartes Gesicht wurde mir gezeigt. Der Räuber raubt, der Zerstörer zerstört. Zieht heran ihr Elamiter, belagert sie ihr Meder, denn alles von ihr verursachte Seufzen will ich stillen. Wir haben schon in Jesaja 13 eine Vision gesehen über den Untergang Babylons. Schon damals waren die Meder angesprochen worden. Hier kommen die Elamiter dazu. Im Hinterland der Elamiter, wir haben gelernt, das Land Elam war südöstlich gelegen von Babylonien. Ein eigenes großes Reich, das in dieser Zeit wieder an Bedeutung gewann oder zumindest wo wir wieder Quellen finden können. Im Hinterland dieses Elams gab es die Gegend um Anshan, eine der alten ehemaligen elamitischen Hauptstädte, wo dann in dieser Zeit bereits die Perser sich herausbildeten und bald gemeinsam mit den Medern Babylon angreifen würden. Als dann Medo-Persien entstand, war elamitisch auch eine der Hauptamtssprachen. Vers 3 Wir haben schon gesehen, dass Jesaja in der Prophezeiung über Moab in Kapitel 15 und 16 sehr emotional mitgelitten hat, mit denen, über die das Gericht ergeht. Wir haben gesehen, wie sehr er Sympathie hat mit den Heiden, die verloren gehen. Und interessant ist hier, dass er das auch mit Babylon hat und dass die Sprache, die er verwendet, direkt erinnert an den Untergang oder die Emotionen, die die Babylonier selbst haben in Jesaja 13. Und dort Vers 8 mit anderen Worten, Jesaja empfindet das mit, was die Babylonier bei ihrem Untergang erleben. Und das zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur den Fall Babylons predigen, sondern dass wir auch mitfühlen mit denen, die es betrifft. Vers 4 Mein Herz schlägt wild, schaudert mich überfallen, die Dämmerung, die mir lieb ist, hatte mir in Schrecken verwandelt. Hier sieht man, wie sehr Jesaja mitleidet mit den Babyloniern, die hier verloren gehen werden. Die Dämmerung, die mir lieb ist, wörtlich heißt es übersetzt, die Abenddämmerung meiner Lust und bezieht sich auf die Lustbarkeiten, auf die Party, die in Daniel 5 genauestens beschrieben wird. Denn über diese Nacht, über dieses Gastmahl wird jetzt hier prophezeit in Vers 5. Man deckt den Tisch, man breitet die Polster aus. Einige übersetzen diese hebräische Stelle auch, man stellt Wachen auf. Man isst und trinkt auf ihr Fürsten, salbt den Schild. Sehr detailliert und mit viel Plastizität wird dieses Gastmahl aus Daniel 5 hier beschrieben. Und das Bild von großer Sorglosigkeit wird gezeichnet. Während ja die Armeen des Feindes anrücken, hält man ein Gastmahl und ist nicht mal wirklich auf den Kampf vorbereitet. Das wird aus diesem letzten Satz hier deutlich. Denn den Schild salbt man, man ölt ihn ein, um sich auf den Kampf vorzubereiten. Damit, wenn dann die Feinde dagegen schlagen, die Waffen leichter abgeleiten. Das Bild ist hier, dass die Fürsten, die Großen, die alle dort geladen sind, sich gar nicht richtig vorbereitet haben. Und als sie während des Gastmahls hören, dass der Feind eindringt, dann müssen sie erstmal sich überhaupt vorbereiten, ihre Waffen fertig machen. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, geh, stelle den Speer auf, er soll berichten, was er sieht. Ein Speer ist ein Wächter auf der Mauer, der am Horizont Anzeichen finden soll nach Feinden oder Feinde beobachten soll und entsprechend Warnung geben soll. Und sieht er Reiter, Pferdegespanne, Reiter auf Eseln und Reiter auf Kamelen, so beobachte er Schaf mit größter Aufmerksamkeit. Der Wächter sollte also nicht nachlässig sein. Und er schrie wie ein Löwe, Herr, ich stehe unablässig auf der Warte, bei Tag und auf meinem Posten alle Nächte. Dieses Bild ist sehr interessant, denn wir finden es wieder aufgegriffen in Offenbarung Kapitel 10, wo Jesus als Engel mit dem entsiegelten Buch Daniel im Jahre 1798 symbolisch auf die Erde und auf das Meer kommt und wie ein Löwe brüllt, die Botschaft Daniels der Welt verkündet. Und insbesondere seiner Gemeinde, die er führen möchte, zu einer neuen Erfahrung, wie dann in Offenbarung 10 und den weiteren Kapiteln recht deutlich wird. Und interessant ist also hier, dass Jesus offensichtlich auch in Offenbarung 10 den Fall Babylons vorhersagt und entsprechend predigt als Teil der Botschaft von Daniel. Vers 9 Und sieh, da kommt ein Zug Männer, ein Pferdegespann, und er begann und sprach, gefallen, gefallen ist Babel. Und alle Bilder ihrer Götter hat er zu Boden geschmettert. Dieser Vers ist interessant, er zeigt etwas sehr Spezifisches auf. In dem Moment, als der Wächter am Horizont die ersten Männer sieht, die erste Vorhut des Feindes sozusagen, schon im nächsten Moment, als er reden möchte, sagt er, Babel dann ist gefallen. Wir kennen diese Formulierung gefallen, gefallen ist Babel natürlich. Und aus der zweiten Engelsbotschaft, die hier ihren Ursprung hat, der Vers selbst im Kontext soll ausdrücken, wie plötzlich es geschieht. Kaum hat der Wächter überhaupt am Horizont Feinde gesehen, schon ist Babylon gefallen. Und dieses Motiv des plötzlichen Falles von Babylon, das finden wir natürlich auch in Offenbarung 18 sehr deutlich beschrieben, auch in Jeremia 51 und dort Vers 8. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hier um das Volk der Judäer, das Volk von Jesaja, das zunächst von den Assyrern noch gedroschen werden würde. Und nach den Assyrern würden die Babylonier kommen, etwa 100 Jahre nach Jesaja. Aber, und das ist die gute Nachricht sozusagen, in dieser Gerichtsbotschaft an Babylon, die gute Nachricht ist, das Volk würde befreit werden. Babylon würde fallen. Und dann sagt er weiter hier, Was ich von dem Herrn, der Herrscher, dem Gott Israels gehört habe, das verkündige ich euch, um deutlich zu machen, dass es nicht die Ideen von Jesaja waren, sondern er ist ein inspirierter Prophet. Es ist Gottesbotschaft an sein Volk, auch die zweite Engelsbotschaft, die in Offenbarung 18 hier wieder aufgegriffen wird von dem Fall Babylon. Es ist nicht einfach die Idee irgendeines Menschen, sondern in ihrer Auslegung, in ihrer inspirierten Auslegung, die wir als Gemeinde vertreten, ist die Gottesbotschaft an unser Volk und an die Welt. Vers 11. Die Last über Duma aus Seir ruft bei mir zu. Wächter, ist die Nacht bald vorbei? Wächter, ist die Nacht bald vorbei? Duma ist ein Ort wohl in Edom gewesen. Das macht dieser Begriff Seir. Das ist ja das Gebirge von Edom, das Gebirge Seir, deutlich. Duma ist vermutlich benannt, möglicherweise nach dem Sohn, nach einem Sohn Ismaels. Andere gehen davon aus, dass Duma einfach eine Variante des Begriffes für Edom selbst ist. Die Assyrer nannten Edom Udumu. Und in Malachi 1 wird impliziert, in Vers 2 bis 4, dass auch die Edomiter unter die babylonische Oberherrschaft fielen. Sie hatten also ein echtes Interesse daran, auch davon zu erfahren, wann Babylon fallen würde. Die Botschaft vom Fall Babylons ist also nicht nur interessant für das Volk Gottes selbst, sondern auch für alle anderen Völker. Vers 12. Der Wächter spricht, der morgen ist angebrochen. Und doch ist es noch Nacht. Wenn ihr fragen wollt, so fragt, kommt bald wieder. Der Wächter gibt treu seine Antwort. Er sagt, es dauert noch etwas, aber es wird eintreten dann sozusagen. Und er ermahnt die Fragenden, dass sie in ihrem Interesse an seinen Beobachtungen, im Bild gesprochen, heißt das konkret, oder wenn wir das Bild übertragen, dass sie ihr Interesse an den prophetischen Zeichen, an der schrittweisen Erfüllung der Prophetie, nicht aufgeben sollten. Und deswegen sind gerade diese beiden Verse immer wieder auch von Prophetie-Auslegern angewandt worden, um uns Gläubige daran zu erinnern, dass wir uns für die Prophetie erinnern sollen, dass wir uns immer wieder fragen sollen, wie lange dauert es noch? Wann ist die Nacht vorbei? Wann erfüllen sich diese Prophezeiungen? Vers 13. Die Last über Arabien. In der Wildnis von Arabien müsst ihr übernachten. Ihr Karawanen der Dedaniter. Arabien liegt natürlich auf der großen arabischen Halbinsel östlich und südöstlich der Ammoniter, Moabiter und Edomiter. Damals waren die Araber Nomaden in der Wüste. Sie sind schon zur Zeit von Salomo bezeugt. Dort hatten sie auch Könige. Die Dedaniter sind möglicherweise benannt nach Dedan, einem Enkel Abrahams. Und sie waren bekannt als Händler. Dedan ist eine Oasenstadt und war zur Zeit von Jesaja ein wichtiges Zentrum des Karawanenhandels. Wir haben, wie auch für die nächstfolgende Stadt, die Koordinaten hier im Sendemanuskript. Ihr könnt also noch einmal dann auf Google Maps euch diese Stadt vor Augen führen. Das heißt weiterhin, Vers 14 bringt dem durstigen Wasser entgegen. Ihr Bewohner des Landes Thema geht dem Flüchtling entgegen mit Brot für ihn. Auch Thema ist ein sehr bedeutender Ort. Schon damals gewesen im tiefen Inneren Arabiens. Und geht möglicherweise auch auf einen Sohn von Ismail zurück. Übrigens hat hier der spätere babylonische Großkönig Nabuni, der letzte, zehn Jahre seiner Regierungszeit verbracht. Vers 15. Also Flüchtlinge würden hier in das tiefe, innere Arabiens vorstoßen, weil sie vor dem Krieg geflohen sind. Die Assyrer würden also durch Siege an der Wüstengrenze im Rahmen ihrer Feldzüge die Nomaden zwingen, in das innere Arabiens zu fliehen. Andere behaupten, dass möglicherweise diese Passage sich auch auf den babylonischen Eroberungsfeldzug bezieht, der dann im Jahre 553 dazu führte, dass man ein Thema erobert hat. Aber wie wir sehen werden, gibt es hier auch gute Gründe zu glauben, dass es zunächst einmal um die assyrische Invasion geht. Nämlich in Vers 16. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen. Noch ein Jahr, wie die Jahre eines Tagelöhners, so ist alle Herrlichkeit Kedas dahin. Eine ähnliche Zeitprophezeiung, wie wir sie auch in Jesaja 16 für Moab gehabt haben. Und im Gegensatz zur Prophezeiung in Moab können wir zumindest hier versuchen, möglicherweise die Erfüllung historisch festzumachen. Kedar war ebenfalls ein Sohn von Ismail, ein Stamm dann in Nordwestarabien. Denn wir wissen, dass die Assyrer seit den Tagen von Tiglath-Pileser III. gegen sie gekämpft haben in Südsyrien und auch an der Grenze zum Ostjordanland. Und es gibt eine assyrische Inschrift oder Inschriften, die davon berichten, dass Sanherib, der assyrische König, den wir dann auch in den nächsten Kapiteln noch kennenlernen werden, im Jahre 703 eine Allianz von Elamitern und Kedariten, also dem Volk Kedar in Babylonien besiegt hat, die dort also als Kämpfer in Babylonien auch aufgetreten sind. Und das würde also bedeuten, dass wir diese Prophezeiung hier auf das Jahr 704 vor Christus datieren können. Wir sehen also im Laufe der Kapitel, wie wir immer weiter voranschreiten zeitlich. Und diese Kapitel doch auch eine gewisse zeitliche Chronologie in ihrer Entstehungszeit haben. Vers 17 Und von den tapferen Bogenschützen Kedas wird nur eine geringe Zahl übrig bleiben. Ja, der Herr, der Gott Israels, hat geredet. Auch hier treffen wir wieder auf das Grundmotiv des Buches Jesaja oder eines der Grundmotive des Buches Jesaja, nämlich das der Übrigen, die das Gericht überleben werden. Es wird hier besonders der Gott Israels hervorgehoben. Es ist ja eine prophetische Botschaft an die Heiden, eine Botschaft, die an die Araber gerichtet ist. Und sie sollen wie all die anderen Heiden in diesen Kapiteln erkennen, dass wenn das alles eintrifft, dass tatsächlich der Gott Israels der wahre Gott ist, den sie dann auch verehren sollen. Schauen wir weiter in Kapitel 22 und dort Vers 1. Jesaja 22 und dort Vers 1 Die Last über das Tal der Offenbarung Gott offenbart sich durch seine Propheten und die wirken in Judah, insbesondere in Jerusalem. In Jesaja 2 haben wir den Ort Jerusalem kennengelernt, den Berg Zion, wo Gottes Gesetz, Gottes Wort beheimatet ist. Wir haben also hier eine Prophezeiung über Jerusalem. Es geht weiter. Was ist denn mit dir, dass alle deine Leute auf die Dächer steigen? Damals gab es nur schlechte Fenster, die oft vergittert waren. Wenn man wissen wollte, was in der Stadt los war, weil das ein Tumult war, musste man auf die flachen Dächer steigen, um zu sehen, was in der Stadt passierte. Du vom Tümmel erfüllte, lärmende Stadt, du jauchzende Stadt. Deine Erschlagenen sind weder vom Schwert durchbohrt noch im Kampf gefallen. Jerusalem war eine äußerst belebte Stadt und jetzt kündigt sich hier eine Tragödie an. Alle deine Anführer sind miteinander geflohen, wurden gefesselt, ohne einen Bogenschuss abzugeben. Dein ganzes Aufgebot ist miteinander in Gefangenschaft geraten. Schon von Ferne sind sie geflohen. Und die Truppen Judas haben keine nennenswerte Gegenwehr geleistet. Die Führer des Volkes, auf die kann man sich nicht verlassen, wie man schon in Jeremia 3 lesen konnte. Deshalb sage ich, schaut weg von mir, denn ich muss bitterlich weinen. Gebt euch keine Mühe, mich zu trösten über den Untergang der Tochter meines Volkes. Jesaja hatte über Moab geweint, er hatte über Babylon geweint und jetzt weint er über das Gericht, das sein eigenes Volk erleiden würde. Auch hier zeigt sich seine tiefe Sympathie auch mit den Sündern, die aufgrund ihrer eigenen Rebellion leiden müssen. Jesaja ist uns darin ein echtes Vorbild und zeigt das Wesen von Jesus, der auch weint über Jerusalem, der weint über jeden Sünder, der gegen ihn rebelliert und verloren gehen wird. Denn es kommt ein Tag der Bestürzung, der Zertretung und Verwirrung von dem Herrscher, dem Herrn der Herrscher, an dem Tal der Offenbarung. Man reißt die Mauer ein und geschreit halt gegen den Berg. Schon in Jesaja 5 und dann auch in Jesaja 10 war ja die Ankündigung ergangen, dass Invasoren kommen würden, die alles zertreten würden, die Assyrer. Wobei das Einreißen der Mauer sich dann buchstäblich erst bei der babylonischen Eroberung in 2. König 25 dann so erfüllt hat. Vers 6. Die Elamiter tragen den Köcher. Neben bemannten Streitwagen kommen Reiter daher. Kir entblößt den Schild. Offensichtlich gab es elamische Bogenschützenkontingente in der assyrischen Armee und Kir ist das Ursprungsland eigentlich der Arameer. Dorthin wurden sie von Tiglath-Pileser III. nach der Eroberung von Damaskus 732 wieder verschleppt. Das Gebiet stand also unter der Kontrolle Assyriens und deswegen dürfen wir hier auch mit einem Kontingent Soldaten aus Kir in der assyrischen Armee rechnen. Und es wird geschehen, deine schönen Täler werden voller Streitwagen sein und die Reiter nehmen Stellung ein gegen das Tor. Jerusalem wird von einer mächtigen Armee belagert werden, so wie das auch schon in Jesaja 8 und in Jesaja 10 vorhergesagt worden ist. Und er nimmt den Schutz Judas weg, aber du schaust an jenem Tag auf die Waffen des Zeughauses. Das Südreich-Juda würde hilflos der Armee ausgeliefert sein und doch würden sie nur auf ihre eigenen Waffen schauen, auf das Zeughaus, das wörtlich das Waldhaus, in dem schon seit den Zeiten Salomos die wertvolle Rüstung lagerte. Das heißt weiter, und ihr seht nach den Rissen in der Mauer der Stadt Davids, denn es sind viele, und die Wasser des unteren Teiches sammelt ihr. Ihr zählt auch die Häuser Jerusalems und brecht Häuser ab, um die Mauer zu befestigen. Und ihr legt ein Sammelbecken an und zwischen den beiden Mauern für die Wasser des alten Teiches. Aber ihr schaut nicht auf den, der dies getan hat und seht nicht nach dem, der es seit langem bereitet hat. Wir können tatsächlich sehen, dass als dann die Assyrer unter Sanherib kamen, wie wir dann auch in späteren Kapiteln sehen werden, dass zur Zeit von Hiskir tatsächlich die Mauer inspiziert worden ist, dass die Mauer verstärkt worden ist, dass man Bauarbeiten dort defensiver Art durchgeführt hat, dass man ein Wasserreservoir innerhalb der Stadtmauern angelegt hat und die äußeren Quellen verstopft hat, um dem Feind keinen Zugang zum Wasser zu ermöglichen. Das sehen wir alles in 2. Chronik 32, wo das bezeugt ist. Die Jerusalemer haben also ihr Vertrauen noch in die geringen militärischen Möglichkeiten, die sie haben, aber sie schauen nicht auf Gott, so sagt Jesaja voraus. Sie achten nicht auf den, der alles unter seiner Kontrolle hat. Aber wir haben es schon in Jesaja 17, Vers 7 gesehen, dass es einige Menschen dann geben wird, die doch auf Gott schauen werden und wir werden noch sehen im Laufe dieses Buches, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Vers 12. Gott ruft angesichts der dramatischen Situation zur Buße auf, zur Umkehr, so wie auch zum Beispiel im Buch Joel in Kapitel 2 oder auch im Neuen Testament in Jakobus 4. Auch wir sollen uns angesichts der Endzeit vor Gott demütigen. Sogar die Moabiter haben ja so reagiert in Jesaja 15, auch wenn sie zu den falschen Göttern gebetet haben. Aber schauen wir, was stattdessen die Judäer machen hier in Vers 13. Doch siehe, da ist Jubel und Vergnügen, Ochsen schlachten und Schafe schächten, Fleisch essen und Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Statt Buße und Trauer und Umkehr in dieser äußerst dramatischen Situation gibt es nur makabren Fatalismus. You only live once ist das Motto dieser Jerusalemer. Ihr Denken ist allein auf das Hier und Jetzt ausgerichtet und die Ewigkeit ist völlig ausgeblendet. Jesaja hatte solch eine Haltung schon in Jesaja 5, Vers 12 beschrieben und sie gleicht in vieler Hinsicht der babylonischen Sorglosigkeit, die wir in Jesaja 21 vorhin gesehen haben. Eine Einstellung, von der uns Jesus in Lukas 17, Vers 26 sagt, dass sie auch am Ende der Zeit kurz vor der Wiederkunft weit verbreitet sein wird. Doch der Herr, der Herrscher hat sich meinem Ohr geoffenbart, wahrlich diese Missetat soll euch nicht vergeben werden, bis ihr sterbt. Sprich der Herrscher, der Herr, der Herrscher. Für diejenigen, die sich weigern, Buße zu tun, kann es keine Vergebung und keine Versöhnung geben, denn es handelt sich um die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn Gottes Geist an unserem Herzen wirkt, wenn er uns zur Buße und zur Umkehr aufruft und wir das ignorieren und stattdessen noch angesichts des Untergangs noch Party machen, dann kann er uns nicht retten. Die Bibel spricht auch von einem Ende der Gnadenzeit. Wir sollten jetzt, da Gottes Geist an unserem Herzen wirkt, uns zu ihm kehren, wenn es Dinge gibt in unserem Leben, die wir ihm nicht übergeben haben. Die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass wenn wir die Erlösung, die in Jesus besteht, die durch seinen Geist uns angeboten wird, ablehnen, dann gibt es für uns keine Hoffnung. Im zweiten Teil des Kapitels 22 gibt es jetzt eine sehr interessante Prophezeiung über zwei hochgestellte Beamte dort in Jerusalem. Lesen wir Vers 15. Es handelt sich hierbei um ein sogenanntes Punkgrab auf dem Berghaushalt, der über den Palast gesetzt ist und sprich, es geht also um diesen Schäbner, der Palastvorsteher ist. Gott hat eine Botschaft an ihn. Was hast du hier? Und wen hast du hier, dass du dir ein Grab aushaust? Du, der sich hoch oben sein Grab aushaut, sich eine Wohnung in den Felsen hineinmeißelt. Es handelt sich hierbei um ein sogenanntes Punkgrab auf dem Berghang östlich vom Tempelberg, die sogenannte Ostnekropole, die heute beim heutigen Silvan. Solche Punkgräber hatten nur sehr hochgestellte Persönlichkeit. Normalerweise waren Gräber immer Familiengräber und ohne Äußere zur Schaustellung in der jüdischen Grabsitte. Die Könige selbst wurden in Jerusalem begraben, aber alle anderen außerhalb der Stadtmauern. Aber es gab für so hochgestellte Persönlichkeiten die Möglichkeit, solche Punkgräber zu haben. Einzelgräber, die direkt auf den Tempelberg ausgerichtet waren. Und möglicherweise hat die Archäologie genau dieses Grab, das hier beschrieben wird, gefunden. In dem sogenannten Grab 35 in Silvan. Da gibt es eine Inschrift von einem Palastvorsteher, der wohl Shepna Yahu hieß. Dieses Yahu ist noch erhalten. Shepna und Shepna Yahu sind nur zwei Varianten im Wesentlichen desselben Namens. Wir haben auch die verschiedenen Varianten für verschiedene Personen in der Bibel auch bezeugt. Und dieses Grab, und wir haben hier im Sendemanuskript, ihr könnt euch das anschauen, auch die Inschrift, sowohl im Original und auch in deiner Nachzeichnung, dieses Grab sieht auch tatsächlich aus wie ein Haus. Aus einem Haus nachempfunden wir hier auf der Skizze, die damals die Ausgräber im 19. Jahrhundert angefertigt haben, sehen können. Vers 17. Siehe, der Herr wird dich weit weg schleudern, Mann, und er wird dich festpacken, dich fest zusammenwickeln wie einen Knäuel und dich wie einen Ball in ein weites und breites Land schleudern. Dort wirst du sterben und dorthin kommen deine prächtigen Wagen. Du Schande für das Haus deines Herrn. Eine sehr deutliche und unmissverständliche Gerichtsbotschaft. Gott wird diesen gottlosen, hohen Beamten richten und bestrafen. Er ist offensichtlich mitverantwortlich für die besonders schlimme Situation in Jerusalem. Und in Vers 19 heißt es, ich will dich aus deinem Amt stoßen und man wird dich von deiner Stellung herabstürzen. Jetzt kommt Vers 20. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, berufen. Gott beruft einen neuen Palastvorsteher, den Eliakim, einen offensichtlich sehr gläubigen, geistlichen Mann. Und wir sehen die Erfüllung in 2. Könige 18, Vers 18 und 37, wo dann in der Zeit der Invasion durch Sanherib der Eliakim an der Spitze der Verhandlungsdelegation mit den Assyrern steht. Aber es geht noch weiter, Vers 21. Der Eliakim würde also die volle Autorität und Vollmacht des Schäbner bekommen, aber würde auch eine Geistlichkeit und Würde mitbringen, die angemessen war für dieses Amt. Dieser Begriff des Vaters ist sehr interessant, er zeichnet eine besondere Herrschaftstellung. Josef wurde in 1. Mose 45 als der Vater für den Pharao genannt. Und Eliakim wird damit, wie wir jetzt sehen werden, zu einem Typus auf Jesus, der ja der Ewigvater ist. In Jesaja 9, Vers 5. Auf der Gegenseite ist Schäbner ziemlich deutlich ein Typus für Satan, der hoch hinaus will, der seinen eigenen Luxus, seinen eigenen Ruhm vermehren wird und der hinabgestürzt wird, der aus seinem Amt vertrieben wird, der hinweggeworfen und herabgestürzt wird. Und Satan hat sich durch die Sünde der Menschen zum Fürsten dieser Welt gemacht, aber Jesus hat durch die Erlösung, die er am Kreuz von Golgatha bewirkt hat, Satan den Verkläger der Brüder verstoßen und repräsentiert nun als hoher Priester die Erde im Himmel. Und so wird es jetzt sehr unmissverständlich in Vers 22, ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, sodass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Hier sehen wir sehr deutlich die Typologie auf Christus, denn genau dieser Gedanke wird dann auf Jesus Christus in Offenbarung 3, Vers 7 im Zusammenhang mit dem himmlischen Heiligtum, dem Heiligen und den Allerheiligsten angewendet, wo Jesus unser hoher Priester ist. Dieser Priester dient in einem Tempel, der gleichzeitig ein Palast ist, denn in dem Tempel gibt es ja einen Thron in Offenbarung 4 und in dieser Hinsicht dient Jesus dort als Vorsteher sozusagen auch des Palastes, wenn man so sagen möchte. Vers 23, und ich will ihn als Pflock einschlagen an einen festen Ort und er soll ein Ehrenthron für das Haus seines Vaters werden. Denn El-Jakim wird Sicherheit geben für die Regierung und auch damit wird er zu einem Typus auf Jesus. Noch seine Nachfahren werden sich auf ihn berufen und sich seiner rühmen. Vers 24, sodass die ganze Herrlichkeit seines Vaterhauses sich an ihn hängen wird. Die Spröstlinge und die Abkömmlinge, alle kleinen Gefäße von den Tonschalen bis zu allen Krügen. El-Jakims Amtsführung würde so gut sein und so berühmt werden, dass sich alle Nachkommen mit ihm brüsten werden. Und jetzt kommt Vers 25, der ist ja interessant. An jenem Tag spricht der Herr, der Herrscher wird der Pflock, der an dem festen Ort eingeschlagen war, weichen. Er wird abgehauen werden und fallen und die Last, die daran hängt, wird zugrunde gehen, denn der Herr hat es geredet. Dieser Vers ist verschiedentlich ausgelegt worden. Vom Kontext her würde ich denken, ist das die Aussage. Der El-Jakim würde seine Aufgabe gut machen, er würde ein Typus auf Jesus sein, aber seine Nachkommen würden sich darauf berufen, dass sie die Nachkommen von El-Jakim sind. Sie würden ihr ganzes Gewicht auf seinen Namen setzen. Und dann, wenn er schon tot ist und eine neue Krise kommt, dann die Babylonier kommen, dann würden seine Nachfahren sich darauf berufen, dass sie zu El-Jakim gehören, aber das würde ihnen nichts nützen. Dieser Pflock würde nicht halten. Und insofern wäre dieser Vers eine Warnung, dass man auch geistliche gute Führer zu sehr zu seinem eigenen Fundament macht und nicht Jesus Christus selbst. Jesaja 23, Abvers 1, die Last über Tyrus. Eine neue Prophezeiung über Tyrus, eine bedeutende phönizische Handelsmetropole am Mittelmeer gelegen. Jammert ihr Tarsischiffe, denn Tyrus ist zerstört. Ohne Häuser und ohne Einfahrt für Schiffe aus dem Land der Kitea ist es ihnen bekannt geworden. Die Tarsischiffe kennen wir schon aus Jesaja 2, Vers 16. Das war ja vermutlich eine phönizische Handelsniederlassung in Südspanien. Vermutlich Tartessus Jona wollte dorthin fliehen und auch Asaradon hat in einer Inschrift diesen Ort erwähnt. Die Kitea sind die Bewohner der Insel Zypern. Die Idee ist also, die Handelsschiffe kommen aus Südspanien vermutlich und hören schon auf der Zwischenstation in Zypern, dass sie gar nicht mehr in der Mutterstadt in Tyrus anliegen können, weil es dort ein Unglück gegeben hat. Historisch hat sich das erfüllt, dass Tyrus, zumindest das Festland Tyrus, von den Babyloniern zerstört worden ist. Wir kommen gleich später noch zu dem Datum im 6. Jahrhundert vor Christus. Die Stadt existierte dann noch auf der Insel weiter und wurde erst durch Alexander den Großen und seine Makedonen und Griechen erobert. Das ist dann auch Gegenstand der Prophezeiung in Hesekiel 26. Vers 2. Schweigt ihr Bewohner der Küste. Die sidonischen Kaufleute, die das Meer befahren, haben dich erfüllt. Der Untergang von Tyrus würde die gesamte Levante Küste am Mittelmeer beschäftigen. Sidon war eine weitere phönizische Hafenstadt, etwas nördlich von Tyrus gelegen. Die Phönizier waren ja in Stadtstaaten organisiert und der gesamte Mittelmeerhandel war eigentlich im Wesentlichen in phönizischer Hand. Die Griechen waren gerade dabei, erst so aufzusteigen. Vers 3. Und auf großen Wassern war die Saat des Sihor, die Ernte des Niltals, ihr Einkommen und sie war der Markt der Nation. Der Sihor ist wohl ein Fluss an der Grenze zwischen Ägypten und Israel. Nach 1. Chronik 13, Vers 5, andere identifizieren ihn mit dem Nil selbst. Heißt, was hier auf jeden Fall deutlich wird, der gesamte ägyptische Getreidehandel oder Großteil des Getreidehandels Ägyptens lief über Tyrus. Es hatte eine zentrale Rolle für die Weltwirtschaft. Und dieses Bild der Weltwirtschaftsmetropole oder der Wirtschaftsmetropole wird dann in Offenbarung 18 aufgegriffen. Vor allem in Vers 11 bis 13. Denn Offenbarung 18 knüpft typologisch nicht nur an Babylon, sondern auch an Tyrus an. Und das passt deswegen ganz gut, weil der Fall Luzifers auch in Jesaja 14 durch den König von Babylon als auch in Hesekiel 28 durch den König von Tyrus dargestellt wird. Dort verbinden sich Politik, Staatsmacht und Wirtschaft. Vers 4. Schäme dich, Zidon, denn das Meer, die Meeresfeste, spricht. Ich habe keine Wehen gehabt. Noch geboren, noch junge Männer großgezogen, noch junge Frauen auferzogen. Kinderlosigkeit war eine Metapher für die Schande. Wie bei der Nachricht über Ägypten, so werden sie sich auch vor Schrecken winden bei der Nachricht über Tyrus. Die wohl bessere Übersetzung lautet hier, wenn die Nachricht nach Ägypten kommt. Der Untergang von Tyrus ist eine Katastrophe für den ägyptischen Handel und ein Vorbote auch einer drohenden Invasion für die Ägypter selbst. Hesekiel 29 macht deutlich, dass nachdem Tyrus lange Zeit von Nebuchadnezzar belagert worden war, in einer sehr langwierigen Belagerung schlussendlich erobert worden ist, dass dann die Babylonier daraufhin auch Ägypten angegriffen haben. Vers 6. Fahrt hinüber nach Tarsis, jammert ihr Bewohner der Küste. Die Bewohner sollen also am besten in die Kolonien in den Westen fliehen. Ist das nicht eure freudenreiche Stadt, deren Ursprung in alter Vorzeit liegt, deren Füße sie in ferne Länder trugen, damit sie sich dort ansiedelten? Schon zur Zeit von Mose und Joshua war Tyrus eine stark befestigte Stadt. Und hier wird beschrieben, wie die Phönizier vor allem von Tyrus aus ein ganzes Netzwerk von Handelsniederlassungen, vor allem in Nordafrika, aber auch in Zypern, Sizilien, Sardinien, auf den Balearen und in Spanien gegründet haben. Am bekanntesten war natürlich Kartago, die neue Stadt, wie sie eigentlich wörtlich heißt, die dann später zum Gegenspieler von Rom geworden ist. Wer hat dieses über Tyrus beschlossen? Die Kronenspenderin, deren Kaufleute Fürsten und deren Händler die Vornehmen der Erde waren. Der Handel hatte Tyrus so reich gemacht, dass sie aus ihrem wirtschaftlichen Vorteil politisches Ansehen zogen und veranlassen konnten, dass Könige gekrönt wurden. Das zeigt also, welche enorme Bedeutung die Wirtschaft damals für die Politik hatte und das zeigt uns auch, welche enorme Bedeutung die Wirtschaft für die Politik in der Endzeit haben wird. Vers 9, der Herr der Herrscher hat es beschlossen, um den Stolz all ihrer Pracht zu entweihen und alle Vornehmen der Erde verächtlich zu machen. Hier haben wir wieder das Problem des Stolzes als das Hauptproblem, so wie wir das schon an vielen Kapiteln gesehen haben. Überflute dein Land, wie es beim Nil geschieht, du Tochter Tarsis, es ist keine Werft mehr da. Wir wissen ja, dass der Nil jährlich über seine Ufer tritt und damit Ackerbau in Ägypten möglich macht, unter Verwendung bestimmter Vorrichtungen, mit denen man das Wasser auf die Felder leitet. Und was jetzt gesagt wird, ist, dass die Stadt Tarsis, die bisher auf ägyptisches Getreide sich verlassen hat, das aus Tyrus kam, jetzt selbst Bewässerungsfeldbau machen muss, weil nämlich Tyrus als Handelszwischenpunkt wegfallen wird. Vers 11, er hat seine Hand über das Meer ausgestreckt, er hat Königreich erschüttert, der Herr hat über Kanan Befehl gegeben, dass seine Festungen zerstört werden sollen. Das ganze Land Kanan wird vom Gericht Gottes betroffen sein, die Phönizier waren ja tatsächliche Kananiter, von daher ist hier wohl also der Gesamtbereich Phönikien gemeint. Und er hat gesagt, du sollst dich künftig nicht mehr freuen, du geschändete Jungfrau, du Tochter Zion, nach Kitte mache dich auf auf Farin über, auch dort wird man dir keine Ruhe lassen. Dieser Vers richtet sich jetzt an Zydon und auch auf Zypern würden die Flüchtlinge keine Ruhe finden, siehe. Das Land der Chaldea, dieses Volk, das nicht war, Assyrien hat es den Wüstenbewohnern zugewiesen, sie haben ihre Belagungstürme errichtet, seine Paläste bloßgelegt, es zu Trümmerhaufen gemacht. Wir haben ja schon im Zusammenhang mit Kapitel 13, Vers 1 über die Chaldea gesprochen, diese Gruppe von fünf Stämmen, sehr bedeutende Stämmen in Südbabylonien, die wohl nicht identisch, aber doch ähnlich wie die Arameer waren, die im Laufe des ersten Jahrtausends eine enorme Bedeutung bekommen haben in Südbabylonien, an der Grenze zur arabischen Wüste, wie hier auch deutlich wird, es waren eigentlich Wüstenbewohner, die hier Einfluss erlangten und die dann zur Zeit von Nebukadnezar die absolute politische Elite darstellen. Deswegen ist das hier das Land der Chaldea letztendlich das Land Babylon, das unter Nebukadnezar den Angriff auf Tyrus ausführen wird. Jammert ihr Tarsischiffe, denn eure Zuflucht ist zerstört, das greift Vers 1 noch einmal auf. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da wird Tyrus für 70 Jahre in Vergessenheit geraten, solange ein König regieren kann. Am Ende von 70 Jahren aber wird es Tyrus ergehen, wie es in dem Lied von der Hure heißt. 70 Jahre lang würde Tyrus also unbedeutend sein, keine große Rolle spielen, aber dann würde sich das Blatt wenden. Man könnte fast sagen, Tyrus erhält sozusagen in Anführungsstrichen eine tödliche Wunde, die dann wieder heilt. Es ist ganz etwas schade, dass wir die historische Erfüllung nicht so genau exakt identifizieren können. Das liegt daran, dass wir auch das genaue Datum der Eroberung von Tyrus nicht festmachen können. Verschiedene Daten sind vorgeschlagen worden, 585, klassischerweise 573, andere rechnen mit 568 vor Christus. Die Quellenlage ist sehr spärlich und kompliziert, von daher lässt sich nicht genau sagen, wann die 70 Jahre begonnen haben und entsprechend auch das Ende nicht genau bestimmen. Es gibt sowieso auch nur sehr wenig Quellen in der Zeit. Wir wissen aber, dass nach der Oberung zunächst einmal Tyrus seine politische Autonomie verloren hat und in der Folgezeit stets nach Sidon genannt wird, also irgendwie unbedeutender gewesen ist. Und dann allerdings später zur Zeit der Meder und Perser wieder als Stadt bedeutend gewesen ist. Also auch wenn wir die genauen Jahreszahlen momentan aufgrund von fehlenden Quellen nicht genau angeben können, können wir doch ungefähr den Rahmen sehen, dass sich auch diese Prophezeiung erfüllt hat. Nimm die Laute, ziehe in die Stadt herum, du vergessene Hure, spiele gut, singe Lied auf Lied, dann wird man, dass man wieder an dich denkt. Das Wiedererstarken der Handelsmetropole Tyrus wird hier verglichen mit einer Hure, die Achtung mit Musik wieder für sich wirbt und so an die alten Geschäftspartner, die alten Geschäftspartner an sich erinnert. Wir wissen aus Sprüche 7, dass Huren damals durchaus auf den Straßen auf der Suche nach Freiern waren. Vers 17, denn es wird geschehen am Ende der 70 Jahre, da wird der Herr Tyrus heimsuchen und sie wird wieder zu ihrem Hurenlund kommen und wird mit allen Königreichen der Erde, die auf der Erde ansässig sind, Hugerei treiben. Und hier spätestens, hier sehen wir, welche Bedeutung diese Prophezeiung auch für die Endzeit hat, denn wir kennen diesen Satz. Typologisch wird er dann in Offenbarung 17 und Offenbarung 18, dort ab Vers 9, auf das geistliche Babylon bezogen, woraus nochmal deutlich hervorgeht, dass das geistliche Babylon sich sowohl aus dem historischen Babylon als auch aus dem historischen Tyrus speist. Und deswegen ist der Abschnitt natürlich auch so faszinierend, weil wir hier auch wie in Offenbarung 13 so eine Art tödliche Wunde haben, die dann wieder heilt, obwohl natürlich die Zeitprophezeiung hier jetzt für die Endzeit wohl keine Bedeutung haben wird. Aber das ist ganz interessant, dass wir hier sehen, auch mit welchen Mitteln, auch mithilfe der Musik hier in dieser Metapher, die Stadt Tyrus wieder ihre tödliche Wunde heilt. Vers 18, aber ihr Erwerb und Hurenlohn wird dem Herrn geweiht werden, er wird nicht angesammelt noch aufgespeichert, sondern ihr Erwerb wird für die sein, die vor dem Angesicht des Herrn wohnen, damit sie essen bis zur Sättigung und stattlich bekleidet sind. Der Fall von Tyrus, im Fall, verzeihung, von Tyrus wird der Handelserwerb aber dem Volk Gottes zugutekommen. Und Ellen White bezieht diesen Vers interessanterweise auf Gottes Volk. Also das Tyrus tut hier etwas, ist nicht ganz klar, ob freiwillig oder sozusagen erzwungenermaßen, weil dann Judah herrschen wird auch über Tyrus. Das geht aus dem Vers für mich noch nicht ganz hundertprozentig klar raus, das würde ich offen lassen. Aber auf jeden Fall tut hier Tyrus etwas, das Ellen White auch eigentlich von dem Volk Gottes hier sagt. Und damit enden hier in Jesaja 23 diese Fremdvölkersprüche über die verschiedenen heidischen Nationen. Ab und zu war ja auch Jerusalem dabei, von Kapitel 13 bis Kapitel 23 und jetzt beginnt mit Kapitel 24 ein neuer Abschnitt. Die nächsten vier Kapitel beinhalten einen ziemlich eigenen, in sich geschlossenen Abschnitt, der ganz deutlich, wie wir sehen werden, apokalyptische Züge trägt. Vers 1. Siehe, der Herr wird das Land entvölkern und verwüsten, er wird sein Land, sein Angesicht entstellen und seine Bewohner zerstreuen. Das ist eine dramatische Gerichtsbotschaft. Wir lesen weiter. Dann wird der Priester sein wie das Volk. Der Herr wie sein Knecht, die Frau wie ihre Magd, der Verkäufer wie der Käufer, der Verleiher wie der, der borgt, der Gläubiger wie der Schuldner. Im Gericht wird es keinen Rang und keinen Klassenunterschied geben. Und das erinnert uns natürlich an die Wiederkunft in Offenbarung 6, Vers 15, wo die Reichen und die Armen, die Freien und alle gemeinsam zu den Bergen laufen werden und schreien werden, fallen über uns. Vers 3. Das Land wird gänzlich entvölkert und ausgeplündert werden. Ja, der Herr hat dieses Wort gesprochen. Wenn wir diesen Abschnitt auf Judah und Jerusalem beziehen, dann erfüllt sich das natürlich im 6. Jahrhundert, als die Babylonier kommen und ist damit eine Erfüllung der entsprechenden Vorhersagen in 3. Mose 26, in 5. Mose 29 und so weiter. Aber wir lesen weiter. Es trauert und welt das Land, der Erdkreis verschmachtet und verwelkt. Es verschmachten die Hohen des Volkes im Land. Das Schicksal von Judah wird auch zum Typus für die ganze Welt am Ende. Ähnliche Botschaften haben wir in Hosea 4 und auch in Jol. Die Hohen des Volkes verschmachten, damit haben wir wieder die Idee, wie schon in Isaiah 2, dass das Gericht Gottes über den Stolz einhergehen wird. Denn das Land liegt entweit unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzung abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Der Grund für die Katastrophe damals und auch am Ende ist das Brechen des ewigen Bundes. Das ist der eigentliche Bund, der, der später dann der neue Bund genannt werden wird. Der Bund, den Gott sich immer schon gewünscht hat und dieser Bund, den er auch in 5. Mose so eindrücklich beschreibt. Daniel hat in seinem Gebet in Daniel 9 diese Idee aufgegriffen und verstanden, dass die Israeliten ins Exil gekommen sind, weil sie Gottes Gesetz übertreten haben, den Bund gebrochen haben. Und entsprechend war das Land entweit. Bei der Veränderung der Satzungen Gottes erinnern wir uns vielleicht auch an die Aktivitäten des kleinen Horns in Daniel 7, Vers 25, Vers 6. Darum hat der Fluch das Land verzehrt und die darin wohnen müssen es büßen. Darum sind die Bewohner des Landes von der Glut verzehrt und nur wenige Menschen sind übrig geblieben. Wieder haben wir das Konzept der Übrigen und hier erfüllt sich der Fluch aus 5. Mose 28, 29 und 30. Der Most trauert, der Weinstock verschmachtet, es seufzen alle, die sich von Herzen gefreut haben. Ähnliche Bilder in Jol und auch in Hosea, auch ähnlich so auch in der Prophezeiung über Moab in Jesaja 16. Der Jubel der Paukenschläger ist vorbei, das Geschrei der Frohlockenden ist verstummt und die Freude des Lautenspiels hat ein Ende. Alle Fröhlichkeit, die sich in Musik äußert, ist vorbei. Ähnliches finden wir auch in Offenbarung 18, Vers 22 über die Musik Babylons dann. Vers 9 Man singt nicht mehr beim Weintrinken, wer noch Rauschstrang zu sich nimmt, dem schmeckt es bitter. Hier haben wir Verse, die zurückgreifen auf Jesaja 5, Vers 11 und 12. Die verödete Stadt ist zerstört, jedes Haus ist verschlossen, sodass niemand hineinkommt. Die Stadt ist unbewohnbar. All das beschreibt in einer sehr apokalyptischen Beschreibung nicht nur das Ende oder das Schicksal Jerusalems nach der babylonischen Eroberung, sondern auch den Zustand der Erde ganz am Ende. Vers 11 Man klagt um den Wein auf den Gassen, alle Freude ist untergegangen, alle Wonde des Landes ist dahin. Damit werden die folgenden Verse noch einmal zusammengefasst. Nur Verwüstung bleibt in der Stadt zurück und das Tor wurde in Trümmer geschlagen. Hier finden wir eine ganze Reihe von Versen in den Klageliedern, die das hier, die Erfüllung dieses Verses, sehr deutlich zeigen. Ja, so wird es geschehen im Land und unter den Leuten, wie wenn man Oliven abklopft oder wie bei der Nachlese, wenn die Weinernte zu Ende ist. Dieses Bild kennen wir aus Jesaja 17, Vers 6 und wieder geht es darum, dass nur sehr wenige Übrige übrig bleiben werden. Aber diese werden triumphieren. Jene übrig gebliebenen, aber werden ihre Stimme erheben und frohlocken. Sie jubeln auf dem Meer über die Majestät des Herrn. Die Übrigen wird es auch am Ende geben. In Offenbarung 14 werden sie beschrieben. In Offenbarung 12, Vers 17. Und sie werden auch in Jesus triumphieren, wenn auch die ganze Welt zugrunde geht. Vers 15. Darum rühmt den Herrn in den Ländern des Sonnenaufgangs, also im Osten, preist den Namen des Herrn, des Gottes Israels, auf den Inseln des Meeres, also von Israel gesehen, im Westen, auf der ganzen Welt soll Gottes Name gepriesen werden. Das ist diese Idee der Heidenmission. Interessant ist, dass hier wiederum, wie schon auch zuvor, die Idee der Übrigen verknüpft wird mit der Mission der Heiden. Nur einige wenige im Volk Israel werden übrig bleiben, aber die Heiden werden auch, viele von den Heiden werden Gottes Namen erkennen und sein Wort annehmen. Und denselben Gedanken haben wir auch so ähnlich in Malachi 1, Vers 11, Vers 16. Wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde, Herrlichkeit dem Gerechten. Ich aber sprach, ich vergehe, ich vergehe, wehe mir, Räuber rauben, ja, räuberisch rauben die Räuber. Wir haben hier eine dramatische Szene, die Jesaja beschreibt. Weltweit jubeln erlöste, während gleichzeitig andere zugrunde gehen. Und dieses Bild von den raubenden Räubern, das ist ganz ähnlich wie die Beschreibung des Untergangs von Babylon in Jesaja 21, Vers 2. Die Dramatik des Untergangs steht in einem ganz scharfen Kontrast zu der jubelnden Freude der Erlösten. Und dieses wehe mir, das kennen wir aus Jesaja 6, Vers 5, das ist der Zustand des Sünders in der Gegenwart Gottes. Aber damals in Jesaja 6, Vers 5, da gab es die Möglichkeit, entsündigt zu werden, weil ein großer Versöhnungstag war, sozusagen. Zumindest war ja das das Setting, in dem Jesaja diesen Satz sagt. Hier aber beschreibt es wohl den Zustand des Verlorenen am Ende, wenn das Gericht Gottes hineinbricht. Und interessant ist, dass sich Jesaja hier wieder scheinbar mit diesen Verlorengehenden emotional identifiziert und um sie klagt. Vers 17, Grauen, Grube und Garn kommen über dich, du Bewohner der Erde. Das ist hier im Hebräischen ein Wortspiel, Pachat, Pachat, also Pachat mit D, Pachat mit T und Pach. Das heißt eigentlich wörtlich Schrecken, Grube und ein Klappnetz, so eines Vogelstellers. Ein Gericht, also dem niemand entrinnen kann. Das wird in Vers 18 jetzt noch genauer erklärt. Und es wird geschehen, wer vor der grauenerregenden Stimme flieht, der wird in die Grube fallen. Wer aber aus der Grube heraufsteigt, wird in Garn gefangen werden, denn die Fenster der Höhe werden sich öffnen. Und die Grundfesten der Erde erbeben, ein ganz ähnliches Bild mit anderen Motiven, wird in Amos 5, Vers 19 gezeigt. Also wer einem Verderben entrinnen kann, der wird dann aber durch das nächste umkommen. Und die Grundfesten der Erde erbeben, das zeigt den Zorn Gottes und zeigt ein weltweites Geschehen an, so ähnlich wie bei der Sintflut in 1. Mose 7. Die Erde wird krachend zerbersten, die Erde wird reißen und bersten, die Erde wird hin und her schwanken, die Erde wird hin und her taumeln wie ein Betrunkener und schaukeln wie eine Hängematte. Ihre Missetat lastet schwer auf ihr, sie fällt und steht nicht wieder auf. Hier wird definitiv nicht einfach nur der Untergang Jerusalems beschrieben. Hier sind globale Naturereignisse beschrieben, die bei der Wiederkunft stattfinden werden. Wir erinnern uns an 2. Petrus 3, wo auch die Himmel mit Krachen vergehen werden. Vers 21 Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr, das Herr der Höhe, in der Höhe heimsuchen und die Könige der Erde auf Erden. Gott wird Krieg führen gegen die versammelten Völker, die gegen ihn rebellieren und gegen Satan und seine Engel, die sich alle zusammen verbunden haben. Und in Offenbarung 17, Vers 14, Offenbarung 19, Abvers 11 wird dieser Höhepunkt der Weltgeschichte ganz genau beschrieben. Hier haben wir also in Jesaja 24 Themen und Texte, die direkt uns auch in die Endzeit bringen, die direkt mit der Offenbarung zu verknüpfen sind. Das sehen wir jetzt auch in Vers 22 Und sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt und im Kerker werden sie eingeschlossen, aber nach vielen Jahren werden sie heimgesucht werden. Das ist nichts anderes als die Beschreibung des Millenniums in der Sprache von Jesaja 24. Hier wird beschrieben, dass die Gottlosen, nachdem sie in der Schlacht von Hamageddon besiegt werden durch Gott, dass sie eingeschlossen werden, sie sind alle tot. Der Satan wird ja sogar gebunden, symbolisch, indem er dann niemanden mehr verführen kann. Aber nach tausend Jahren, nach vielen Jahren, nach tausend Jahren werden sie heimgesucht werden. Denn die Bibel sagt uns in Offenbarung 20, dass es eine Auferstehung der Gottlosen geben wird zum Gericht, von der auch Jesus in Johannes 5 spricht. Da wird der Mond erröten und die Sonne schamrot werden, denn der Herr der Herrscher herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Hier wird die Herrlichkeit Gottes beschrieben in der Ewigkeit. Sein Glanz wird so hell sein, dass man Sonne und Mond eigentlich gar nicht mehr wirklich benötigt. Das wird in Offenbarung 21, Vers 23 ganz deutlich beschrieben. Und deswegen erröten sie so bildlich, weil man sie ja eigentlich gar nicht braucht, weil der Glanz Gottes noch so viel heller ist als der Glanz von Sonne und Mond. Dieser Vers spricht von der Herrlichkeit des neuen Jerusalems, die Herrlichkeit der neuen Erde. Hier werden die Prophezeiungen von Jesaja ihre volle Erfüllung entfalten, nicht durch einen militärisch-politischen Sieg eines irdischen jüdischen Königs über ein paar Feinde, sondern dadurch, dass Gott selbst als König herrscht in Neu-Jerusalem auf der neuen Erde. Wir sehen also, diese Verse sind endzeitlich geistlich gemeint und werden sich so tatsächlich buchstäblich erfüllen. Kapitel 25, Vers 1 geht direkt weiter. O Herr, du bist mein Gott, dich will ich erheben. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von Alters her sind zuverlässig und wahrhaftig. Die ersten fünf Verse sind jetzt ein Danklied an Gott, der direkt angesprochen wird, ähnlich wie das Danklied in Jesaja 12, das sich auch anschließt an die Herrschaft des Messias. Ähnliche Formulierungen finden wir auch in den Psalmen und auch in 2. Mose 15. Und wir erinnern uns auch an Offenbarung 15, gibt es dann die Erlösten, die Gott danken für seine wunderbaren Werke. Und dass sein Ratschluss, Gottes Ratschluss durch alle Zeiten gleich bleibt, das sehen wir an vielen Stellen der Bibel. Denn du hast die Stadt zum Steinhaufen gemacht, die feste Burg zum Trümmerhaufen, den Palast der Fremden. Zu einer untergegangenen Stadt ewiglich wird sie nicht mehr aufgebaut werden. Hier geht es um die Stadt, die symbolisch in Jesaja 24 beschrieben wird. Eigentlich im Grunde genommen ein Symbol für alle Feinde Gottes, die gegen ihn rebellieren. Diese Rebellion wird nie wieder sich erheben, wenn sie einmal völlig ausgelöscht ist in Offenbarung 20, nach um 1, Vers 9 sagt uns das. Gott ist deswegen auch weltweit so gefürchtet, weil er so erstaunlich den Schwachen beschützt. Das, was hier beschrieben steht, wurde von dem Messias in Jesaja 11 gesagt. Die Elende des Volkes finden bei Gott Zuflucht, so auch in Jesaja 14 und auch in Jesaja 4, Vers 5 und 6, wo die übrigen von Gott beschützt werden. Wie die Sonnenglut in einer Dürren Gegend, so dämmst du das Toben der Fremden. Wie die Sonnenglut durch den Schatten einer Wolke, so legt sich der Triumphgesang der Tyrannen. Das Toben der Feinde ist hier wie eine sengende Hitze, aber Gottes Rettung wie ein Schatten einer Wolke. Vers 6 und der Herr, der Herrscher wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten magischen Speisen, von alten geläuterten Weinen. Hier in etwas drastischer Beschreibung wird ein Mahl beschrieben, eine Einladung für alle Völker, an einem Mahl teilzunehmen, das dann in Offenbarung mit dem Hochzeitsmahl beschrieben wird. Dem Hochzeitsmahl des Lammes, das für alle Völker und Nationen bereitet ist. Es geht also um ein weltweites Geschehen und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind. Auf dem Berg Zion sollen ja die Menschen das Wort Gottes kennenlernen. Das war die Vision in Jesaja Kapitel 2. Die Decke wird durch Christus hinweg getan. Es ist die Decke, die auf dem Denken liegt, wenn man die Bibel liest und nicht bekehrt ist, wenn der Geist nicht an dem Herzen wirken darf. Aber wenn man sich zu Christus bekehrt, wird die Decke weggenommen und man sieht plötzlich die Wahrheit, wie sie wirklich ist und man wird vom Geist verwandelt von einer Herrlichkeit zur nächsten Herrlichkeit in dasselbe Bild. Genauso sagt es uns 2. Korinther 3. Durch die Verkündigung des Evangeliums werden die Heiden Teilhaber der Verheißung und kommen so aus der Finsternis in das Licht. Er wird den Tod auf ewig verschlingen und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Auch diese Verse werden in der Offenbarung wieder aufgegriffen. Gott wird tatsächlich alle Tränen abwischen. Offenbarung 20 und Offenbarung 21 zeigen, wie sich diese Verse im und nach dem Millennium erfüllen werden. Wenn dann das buchstäbliche himmlische Jerusalem der Ort ist, an dem sich die Erlösten aller Völker befinden werden. Wir lesen weiter in Vers 9. Und an jedem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hoffen. Nun lasst uns vorlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Ich möchte, lieber Freund, liebe Freundinnen, liebe Geschwister, ich möchte bei diesen Menschen dabei sein, die schon bei der Wiederkunft sagen können, wenn Jesus auf den Wolken des Himmels kommt, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Jesus, mit dem ich Tag für Tag meine Morgennacht gemacht habe, mit dem ich spazieren gewesen bin. Das ist der Jesus, der in seinem Wort zu mir gesprochen hat. Ich möchte mich freuen über seine Erlösung. Dann wird es sich gelohnt haben, was Jesaja in Jesaja 8, Vers 17 beschreibt, nämlich auf den Herrn zu warten. Jakob sagt in 1. Mose 49, Vers 18, dass er auf das Heil Gottes gewartet hat. Micha 7, Vers 7 sagt in einem Vers, der ungefähr zur gleichen Zeit geschrieben worden ist, ich will auf den Gott meines Heils warten. Wir sind aufgefordert, auf die glückselige Hoffnung, die Wiederkunft Jesu zu warten, so sagt es Titus 2, Vers 13. Und hier haben wir die Freude der Erlösten, wie wir sie schon in Jesaja 12 gesehen haben und wie wir sie in Offenbarung an vielen Stellen finden. Vers 10. Denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen. Moab aber wird unter ihm zertreten werden, wie Stroh in der Mistlache zertreten wird. Wir haben ja schon eine ausführliche Prophezeiung über Moab in Jesaja 15 und 16 gesehen. Und wir können auch sehen, dass in 4. Mose 24 auch eine messianische Prophezeiung mit der Vernichtung Moabs zusammenhängt, wo dort Anklänge an 1. Mose 3, Vers 15 sind, wo also auch Moab hier ein Typus für die Gottlosen sind. Also stellvertretend für alle, die die Erlösung nicht angenommen haben, sich für die Seite Satans entschieden haben. Also an dem Tag, an dem die Erlösten Jesaja 25, Vers 9 ausrufen, werden die Gottlosen Offenbarung 6, Vers 15 erleben und sich lieber den Tod wünschen, als Jesus kommen zu sehen. Sie werden zertreten werden. Das ist das Gericht über die Gottlosen, wie wir es ja schon jetzt an mehreren Stellen gesehen haben. Vers 11. Und sollte es auch seine Hände ausbreiten, wie ein Schwimmer sie ausbreitet, um zu schwimmen, so wird er seinen Hochmut erniedrigen, trotz der Kunstgriffe seiner Hände. Schwimmen war im Alten Orient keine Selbstverständlichkeit. Es gibt interessanterweise eine assyrische Quelle, die verblüfft bemerkt, wie ein nur wenige Generationen vor Jesaja, wie ein in die Enge getriebener König, durch einen sprungenen Euphrat, sich schwimmend retten konnte. Aber hier wird deutlich, selbst wenn jemand über solche Fähigkeiten verfügt, wird es ihm nichts nützen. Der Hochmut wird gedemütigt. Über den Hochmut Moabs hatten wir schon in Jesaja 16, Vers 6 gelesen. Und hier wird Moab zum Sinnbild für alle Gottlosen. Auf der einen Seite Jerusalem zum Sinnbild für die Gläubigen. Am Ende der Zeit Moab zum Sinnbild für die Gottlosen, die lieber ihren eigenen Stolz gefördert haben, als sich Gott zu unterwerfen. Dann heißt es, deine festen, hochragenden Mauern bitte niederwerfen, abreißen und zu Boden stoßen in den Staub. Alle menschlichen Methoden und Maßnahmen, Verteidigung werden alle vergeblich sein am Tag des Herrn. Lieber Freund, liebe Freundin, lass uns doch heute den Entschluss fassen, dass wir uns ganz zu unserem Gott halten, dass wir sagen können, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben. Wollen wir noch gemeinsam diesen Entschluss, diese Entscheidung in einem Gebet besiegeln? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass in deinem Wort wir nicht im Unklaren gelassen werden, was am Ende auf uns zukommen wird, wie das Ende kommen wird. Herr, wir danken dir für das Buch Jesaja und auch das Neue Testament, das vieles von dem uns dann noch weiter erklärt. Und wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass wir uns fest an dich klammern, dass wir jeden Tag mit dir gehen, deine Erlösung erleben und dann sagen können, seht, das ist unser Gott. Und wenn Jesus wiederkommt auf den Wolken des Himmels, dass wir ihn erkennen als unseren persönlichen Erlöser, das bitten wir in seinem Namen. Amen. Gott segne eure Entscheidung. Nächste Woche sehen wir uns dann hier wieder, um die nächsten fünf Kapitel im Buch Jesaja zu studieren. Bis dahin wünschen wir euch Gottes reichen Segen und viel Freude im Studium seines Wortes. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. Vielen Dank.